Neue Runde Dota 2 und ich spiele jetzt vielleicht den Pack, den ich ja vorhin nicht ja, den letzten Runden nicht genommen habe, da ich dachte okay, wir haben ganz gute Initiation und wir haben Damage. Ich nehme den Silencer als ein bisschen Teamkämpf, um die Teamkämpfe zu unterstützen. Es hat ja nicht so gut geklappt leider. Gucken wir mal. Was wir jetzt rausreißen. Vielleicht der Pack, was soll ich noch ganz spielen? Windranger vielleicht mal. Sven. Das ist die Frage, wie geht man mit dem Sven um? Da geht zum Beispiel ein Spiritbreaker ganz gut gegen, Beastmaster, Clockwork auch einigermaßen. Bane Death Prophet Könnte ich mir fast vorstellen Also Pack wäre ganz gut, um auch ein Bane-Ulti zu unterbrechen Death Prophet, der Silence, die Range Andersrum ist halt Bane dann auch für einen Pack eventuell nervig, obwohl er halt erstmal rankommen muss. Wenn da rankommt, ist das natürlich schon scheiße G.G.F.Z.Z. will keinen Pack sehen. Spiel den halt gerne im Moment. Kann gut sein, dass du ihn sehen wirst. Funktioniert eigentlich mit ihm auch ganz gut. Oh, Pack ist auch mit Vansch eine schöne Kombo. Wir haben ab dem Mid-Game gute, also wenn es einigermaßen normales Spiel ist, gute Vision mit dem Night Stalker. Wir haben keine so schlechte Kombinationen wünschen. Pack oder Death Prophet sind im Moment meine Favoriten. Hm. Your pick. Your pick. Your pick. Another beautiful day in Dota-Land. Ging jetzt um die Team-Fights vor allem. Guck, ob ich noch ein bisschen was abgreife. Can I get two tangos, please? Thank you. So. 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 Ich finde, ein ganz cooles Set eigentlich, was ich da anhabe. Schon eine Weile wie er nicht gespielt, die Death Prophet. Wie gesagt, Soul Ciphon wurde... Ich bin ein bisschen ge-nerved. Kannst du zum Rune kommen, bitte? Wir brauchen dich, wenn es ein Kampf gibt. Was ist das Spirit Siphon? Das ist gar nicht Soul Siphon. Warlock in der Mitte. Nicht so viel Schaden, der dabei rumkommt. Ups, da war ich ein bisschen zu spät für den. Soll ich schon mal ein Tango? Okay, okay, okay. Ah, ein bisschen zu früh abgebrochen. Bane, First Blood of the Night Stalker, okay. Bisschen blöd für uns. Die Tech-Animation ist noch ein bisschen... Sehr lahmarschig. So, gleich mal die Rune einsacken. So, die Rune ist da oben weg. Ganz anscheinen. Unten haben wir keine Vision. So, oben ist der Bellen unterwegs. Dumm, 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 dumm. Upgrade auf dem Kurier. Okay, die Rune ist auch weg. So, beide Rune kontrolliert. Ganz offensichtlich. Die Lanes gewonnen und beide Rune. Schneller! Nicht so langsam, die Attack-Animation. Grobelos, gibt ein bisschen Mühe. So, ich geh mal oben zur Rune. Ja, ich vertraue ihrem Movement. Can you follow him? Can you follow Bane? I have Soul Siphon. Warlock is coming. Well, even got to kill. That's all right, I think. Schaden. Hätte auch noch Haste gehabt, natürlich, der Warlock. Wärts doch trotzdem gestorben. Als nächstes brauche ich mal Boots. Schaden. Komplett. Musik. Wärts doch nicht. Wärts doch verkligen. Bruce Halt. So, ich bringe mal eine Clarity, mal die Boots, ich bringe mir gerade gar nichts, weil der Kurier unterwegs ist. Okay, den Bane habe ich nicht gesehen, fuck. Hätte ich mal meine Boots schon gehabt, würde es ein bisschen besser aussehen. Ich hasse das. Den Bane habe ich echt zu spät gesehen, habe den ganzen Tag links geguckt, nicht auf die Minimaps. So, warum habe ich das denn gekauft? Was ist das denn mit dem Quatsch? Ich will doch im Null-Talice sein, woran habe ich denn noch einen? So, egal, habe ich halt. Well done, guys. Can you please check if the bot Maroon is still there? Would like to take it. Natürlich nicht. Na gut, dann warte ich mal bis als nächstes meine Faceboots fertig sind. Na gut, dachte ich muss noch schnell mit nach oben. Ging aber auch so ganz gut. Gut geklappt, die Rotations von uns. Nachdem es an der Bot Rune nicht ganz so ideal war. Gut, ich gehe mal unten zur Rune. Jetzt den Mental of Intelligence unnötig gekauft habe. Kostet auch. Warlock is in this, going top. Warlock in this, careful. Warlock has Ulti in his top, careful. Probably top. Tut mal kurz. Okay, let's just push mit. Na, zu weit. So. Rubik is coming from the top. Ach, komm. Ich glaube, wir sind immer nicht tot. Ich gehe für Bottom Rune. Okay. Nächstes Nude-Zepter. Ich will die Frame, für jetzt. Your bottom tower is unbezogen. Ich weiß, ich habe einen Platz für dich. Bottom tower, bitte. Ich bin nicht bereit. Ich bin nicht bereit. Autsch. Autsch. Ah, ein bisschen zu lang gebraucht am Ende. Ah, okay. So, als nächstes gibt es für mich, wenn ich den Windlace nehme, tatsächlich mit dem Movement Speed bevorzuge. Sehr schön. Na, wir haben es ein bisschen ausgenutzt, dass sie sich da aufgesplittet haben. Kriegen sogar oben den Tower. Schön, der Juggernaut hat Free Farm. Gar nicht so schlecht. Und dann verkaufe ich den Mindset of Intelligence, den ich vorhin irgendwie sinnlos. Versuchen die oben was. On my way bottom. I can bottle you. Ein bisschen spät. Thanks. Not yet. So, gleich mal den Counter einleiten. So, weg hier. Oh, sie sind hier? Oh, sie sind hier. weiter geht's 19 trotzdem ist auch super immer wenn irgendwas schief geht wir haben auch den Warlock gekillt stimmt auch nicht ich stand direkt neben ihm habe gesilenced immer diese Leute ja immer so gleich so aggro in Allcaps dann solche Sachen schreiben jetzt den Spirit Siphon ein bisschen aufladen lassen gleich mal wieder dazukommen das dauert noch kurz ist der gleiche aus dem letzten Spiel habe ich vorhin irgendwas geschrieben ist das dieser Typ der Juggernaut wenn habe ich es nicht mitgekriegt Autsch Alter zwei Bane-Ulti oder noch fuck Autsch Warlock-Ulti auf dem Kopf Bane-Ulti hinten drauf Just retreat I don't think it's worth it Das war knapp jetzt gucke ich mal dass ich meinen Juts habe wenn ich vielleicht kriege 300 Taken nur noch das macht nicht viel ich will einfach nicht viel Ah, pushbutton. Okay, just keep pushing bottom, when we see Rubik we go on him. Dann brauchen wir mal ein Juke-Zepter. Soll ich jetzt mal einen Tower haben? Und dann gehe ich nach oben. So, oben Tower verteidigt, sehr schön. Okay. Den Sven noch, pfuh, hat ihn nicht gerettet, leider. Den Sven noch gejuht und unsilenced hinterher. Ist mal schnell weg hier. So, als nächstes, gegen das Team könnte ich mir, ich glaube einen linken Sven nicht echt nochmal gut. Bisschen, ups. No, no, no. Danach ein Octarine-Core. Plant Healing Ward mid and take the Tower. Juggernaut. No, not Hand. It was just... Our Ultimates were down as well. You can't just fight without any Vision or run into them. When they're pushing as far, we're pushing mid, taking Tier 1 and Tier 2 as well. You have to play smart. Not take every fight. So, jeden, jeden Kampf mitnehmen. So, ich überlege mal das Nächstes. Können wir mal echt vorstellen, dass ich nicht auf dem Ju-Zepter... Äh, auf dem... Irgendwie wirkt das so ein bisschen... Weiß ich nicht. Andere Möglichkeiten wäre Shiva's Guard. Fände ich jetzt auch nicht so schlecht. HP habe ich ein bisschen, mir fehlt Rüstung. Okay, ich habe das Blinkdagger. Ein Grund mehr für den Lincolns. Ich bin Fiend-Skript, ich brauche deine Hilfe, Leute! Ich bin so unvorsichtig, die Jungs! Der Juggernaut hat Ulti, Juggernaut, der interessiert in die Basis, hier hat er sogar Ulti. Auch noch Pech! Die Venge hat den Swap gemacht. Das ist echt ein bisschen bitter, dass der Swap stattfand und das dann nicht getriggert wurde. Sehr übel. Ich baue was anderes, ich baue einen Lotus Orb. Da haben wir ihn aber auch kommen sehen. Der Warlock war hier den Hammer gesehen. Das ist einfach so ein Start des Kampfes, der völlig... Gargava, was hat er denn? Den Blinkdecker, Battle Fury. Hoffen wir das Beste! Nicht da lang? Brauchen wir da oben, da finden wir eh keinen. Ich bin jetzt hier. guys Go go go, they're split We try to help Try to help Juggernaut and then nevermind this is over No, wait Your golden tower is in ruins Tja Schau, das fing sehr gut an Ach komm, trifft doch mal den Stun Naja, nicht, dass es noch wichtig wäre Wer war, war wirklich, wer war denn im letzten Spiel? Der hat das ja geschrieben im Twitch Chat Wie heißt der? Shannon Alice Interessiert mich nochmal Der Earth Spirit Oh, okay, das ging halt auch gewaltig schief Ich weiß echt nicht, was in den Spielen so teilweise passiert Also wir hatten einen guten Start in der Mitte Haben wir auch ganz Lief schön Aber Woanders lief's nicht so schön Seine Sachen verkauft Das war wie in einem anderen Spiel Wo ich halt meinte, okay, dass von dem Spiel davor auch schon dass die Team-Abstimmung einfach nicht wirklich funktioniert Du hast also Wann wir kämpfen und wann wir nicht kämpfen Die Idee dahinter mal Dass das irgendwie so ein bisschen Deine Abstimmung in irgendeiner Art und Weise besteht Leider gar nicht geklappt Und bei den anderen war sie anscheinend da Aber das ist halt Das ist halt einfach ab und zu Zufall Manche hast du wirklich gute Teams Hatten wir zuletzt auch Da hat's auch richtig Spaß gemacht Da hatten wir richtig coole Auf tolle Strategie Du hast halt irgendwie erkannt Wie dein Team funktioniert Und was du machen musst Und hier hätten wir einfach Vor allem mit Nightstalker Damit mit der Nacht Und dem Ulti arbeiten müssen Und mit meinem Ulti Und da ein bisschen drum herum spielen Ich hab immer noch Ja, man hat's ja gesehen Ein paar Mal U-Zepter auf den Sven Um ihn davon abzuhalten Die alle völlig zu verhauen Was mich ein bisschen gewundert hat Also auch in der Laning Phase schon Wir hatten eigentlich eine extrem starke Lane Oben Juggernaut, Venge, Lina Kann eigentlich alles killen Und zwar Jede Minute Das geht also ziemlich schnell Wenn er dann halt Also Venge, Stun, Lina, Follow-Up Easy Also das garantiert Geht halt Triffst du immer Und Juggernaut, Spin Du machst eigentlich immer den Kill Sie hätten eigentlich Sie hätten eigentlich Stattdessen war irgendwie Offlane Lina und Nightstalker So, warum? Der Nightstalker braucht eigentlich nur Level Dann hatten sie noch das First Blood trotzdem Obwohl sie zu zweit waren Also ich verstehe auch nicht Was, wie die ganzen Entscheidungen sind Tatsächlich Warum, wenn wir ein Team haben Wie es ist Warum Spielen wir denn nicht Sinnvolle Lanes Wir hatten Eine richtig starke Lane Wir hatten eine vernünftige Offlane Mit dem Nightstalker Und wir hatten eine gute Mitte Das hätten wir locker gewinnen können Der Sven hatte anscheinend sowieso Freefarm Aber dann hätten wir halt Unsere Lane Richtig hart gewonnen Ihren Offlaner klein gehalten Und die Mitte lief ja auch gut für mich Ich verstehe es nicht Irgendwie Es ist immer ein bisschen ätzend Wenn man dann mehrere solche Spiele Wie heute hintereinander hat Insgesamt liege ich mit der Road to 5k Noch ziemlich weit vorne Da steht es irgendwie Insgesamt 19,9 Also zwei Dritte der Spiele gewonnen Oder 20,10 Oder 20,9 Oder irgendwas in der Richtung Ich muss gleich mal nachgucken Also insgesamt Bin ich dann noch weit vorne Von daher sollte ich mich nicht zu sehr beschweren Insgesamt eine ganz gute Spree eigentlich Die Sache ist halt Wenn man immer so 3, 4, 5 solche Spiele hintereinander hat Wie ich jetzt gerade Dann denkt man sich immer Das muss doch auch nicht sein Wir können doch einfach gute Spiele haben Aber so ist es halt Was soll's Bisschen blöd gelaufen Ich verabschiede mich jetzt Kann relativ pünktlich jemand streamen Das ist sehr gut Kannst noch ein paar Sachen machen Und dann gibt es Anfang nächster Woche dann Infos Wie die Woche aussieht Montag ist ja Feiertag Das heißt da bin ich auch noch in Österreich Ich bin nicht hier Ich wünsche euch ein schönes langes Wochenende Und wir sehen uns dann Beim nächsten Twitch-Stream oder auf YouTube Bis dann